Genau. So, jetzt bin ich auch wieder dumm in streamen. Hallo. Wir sind an der Spitze. Funktioniert nicht. Wir liegen in Führung. Wir liegen in Führung. Wir sind zurückgefallen. Was haben wir denn? Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ja, Alter. Er hat drei Teammitglieder gleichzeitig gefüllt. Einer geht noch. Das hat nicht... Das... Siehst du, Markus? Jetzt läuft es bei mir nicht. Siehst... Markus hat geschafft, was ich nicht immer noch geschafft habe. Nein. Alter. Ja, hinter uns sind es wieder. Feindliches Spionageflugzeug im Ausflug. Alter. Aber... Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Was ist das? Was ist das? So, jetzt habe ich ihn. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Nein, wieder von hinten einer. Nein. Jetzt war ich genau in der Mitte. Jetzt muss ich nicht links oder rechts. das Autogerackflugzeugzeug ist. Team Damage. Feindliches Zeitgeist im Ausflug. Ja, AK ist nicht so schlecht. Oh, da hast du recht. Nachladen und schneller ziehen. Wir sind vorbeigezogen. Alter, wo war das? Sag mir wer und ich gebe dir eine Antwort. Mein Sohn. Du, keine Ahnung. Keine Ahnung, sagt er. Wird gekillt und sagt mir nicht von wo. Naja, das ist so schnell gegangen. Gib mir eine Abschusscam. Ja, aber der sagte, wo er ist. Was zeigt mir? Wenn du stirbst, schaust du auf dich. Die Position, von wo er geschossen hat. Achso. Nein, du F***er, du. Alter, voll durchs Napalm gekriegt. Scham. Norbert, komm zurück. Da links vorne, der Bogen. Da drüben. Drüben. Drüben? Zu später Name, sorry. Danke. Aber du hast wieder keinen Namen gehabt. Du hast schon mal keinen Namen gehabt. Feindliches Geschütz aktiv. Feindliches Geschütz aktiv. Ich muss dich loswerden. Wir sind aus der Spitze. Ich habe da einen Auftrag bekommen. Na, nachladen wir doch schneller. Na, nachladen wir doch nicht. Na, nachladen wir doch nicht. Na, nachladen wir doch nicht. Feindlicher Kampfhubschrauber im Anflug. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Gas, Gas. Ich habe Gas. Gas hast du? Ja, eingeatmet und bin gestorben. Ist das unser Heli, oder? Leg zu. Sequenz hat gefasst. Pass auf, da ist einer. Wir übernehmen die Kontrolle. Nein, Alter, ich pack's nicht. Ich komme nicht mehr rein. Die drei weggerotzt. Vorige Partie, drei weggerotzt. Das kann ich jetzt nicht mehr wiederholen, Alter. Ich komme nicht. Ich komme nicht rein mehr in die Partie. Irgendwann. Die nächste Partie. Ist jetzt auch nicht so in meiner Partie. Oh, ich leb noch, ich leb noch. Mission abgeschlossen. Die Aufräummannschaften kümmern sich um den Rest. Genau so wird's gemacht. Die Aufräummannschaften kümmern sich um den Rest. Jetzt sind die Aufräummannschaften kümmern sich um die Z-Büro. Wenn ich die Aufräummannschaften kümmern rauskomme. Cold, ich bin nur für mich. Und dann gibt's das ganze Z-Büro. Was erst die in der 안reumme- Daucht immer schon. Nein. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ach Gott. Norbert, du hast dich gestern gewundert, dass du auf Noobdown die Ferne Kleidung hinkriegst. Entschuldige, hat das was? Dass die Ferne Kleidung hinter dir war, hast du dich gestern gewundert. Ich weiß jetzt wie, man kann mit der Ferne Kleidung um die gesamte Karte herumfahren. Wie? In den Zaun sind Löcher und du kannst mit der Ferne Kleidung fahren, dann gibt es den Kleidung von Kur, und wenn du den schaffst, kannst du komplett hin zu den Bomber denen ranfahren, ohne dass dein Gegner dich sieht. Oha. Das habe ich heute zufällig in einem Video gesehen. Oha. 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 Auf eine Spitze. Auf eine Spitze. Jetzt, jetzt hat er Zeit, aber mit uns spielt er nicht mehr. Ich spiele mit euch nicht mehr. Schau mal auf die Uhr, ich hab gesagt, dass ich so spät komme. Wir übernehmen die Kontrolle. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Oha. 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 Alter, da sitzt er. Im Mech. Ganz rechts, oder? Ja. Ganz im Mech. Okay. Das ist da runter. Ah. Schön. Jetzt erst einmal ein Update-Steel. 37 Gigabyte, Cold War. Gut. Tschau. Ich zieg auch den Update. Ich zieg auch den Update. Das sind 37 Gigabyte, ja? Viel Spaß. Ihr gebt ihr, oder? Das wird heute nix mehr. Na, ohja. Der 35 Minuten ist fertig. Der 35 Minuten ist fertig. Der 35 Minuten ist fertig. Ja? Ich bin normal hier doch. Und Scheiß, gestern neuner da. Wenn du Stream-Tuck hast, machst du mindestens bis 10er. Das wird kein Spaß. Aber dann wäre ich Zombie. Ist egal. Komm ich halt mit. Ah, hat dir Alex schon erzählt, wie viel er gebraucht hat zum Instruieren? Nein, wie lange? Mehrere feindliche Spionage. Äh... Schlicht. Schlicht mal. Äh... Nein, wie lange? Aber sicher den ganzen Mittag. Oh, das geht eigentlich doch. Geht aber, oder? Nur für Multiplayer. Nicht für das ganze Spiel. Ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist auf der PS4. Bist du mit LAN-Kabel verbunden oder mit WLAN? Ja. Mit LAN-Kabel. Äh... Probier mal ohne LAN-Kabel. Ich weiß nicht, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich meine. Ich weiß nicht, wie viel PS4. Ich weiß nicht, was ich meine. Nein, weil bei Alex gemeint, das PS4. Nein. Nein. Aber du PS4. Kann man doch PS4. Hier. Ja. Probier mal ohne, weil ich... Soweit ich gehört habe, macht das LAN-Kabel bei manchen auch noch Probleme. Ah. Ah. Entschuldigung. Aber ihr nicht einer von euch. Wieder Ruhe-Modus, leider. Du, dann brauchst ich auch nicht entschuldigen. Geh, genau. Markus. Markus. Deine Konsole nicht in den Ruhe-Modus setzen, falls du das nicht mehr erzählt hast. Achso, ja. Ja. Was soll ich nicht sagen? Deine Konsole nicht in den Ruhe-Modus setzen. Ja, ja. Okay. Ja. Es ist auch sicher nicht jeder davon betroffen. Ich sag nur RIP. Erst solang es nicht der Ring of Death ist. Ohhhh. Ach Alex, warum RIP? Was ist denn heute passiert? Ficker. Aber wirklich, du hast mir urleid getan. Ich hab mir nur so gedacht... Ja, ich geh gerade aus aus deiner Stimme. Ja, jetzt ist es ja vorbei. Jetzt darf ich doch... Du weißt ja nicht. Vielleicht kommst du ja noch einmal. Kommt nicht noch einmal. Du gehst einfach nicht in den Ruhe-Modus. Ich brauch echt schneller ziehen. Du bleibst einfach nicht in den RIP. Mach Alex. Und irgendwo lang angelt die Fischbestände leer. Spielst du nicht Fishing Planets? Nein, der spielt bei uns nicht. Oh. Ja, der spielt auch nicht. Wer war denn das da mit Fishing Planets? Oh, ich kann proben. Ja. Ja. Freut euch auch. Ihr habt euch schon verschickt. 20 Euro. Und das allerbeste daran... Und das allerbeste daran... Und das allerbeste daran, ich wollte zerbrechlich versenden. Haben wir kein Abkommen mit Deutschland. Das heißt, wir schicken uns ganz normal weg. Ja, GG, weiter. Kein Abkommen mit Deutschen. Wie das klingt, ey? Das letzte Abkommen ist in die Hose gegangen deswegen. Dann will ich mir eine Cola brauchen, wenn ich schon bei der Post bin. Weißt ihr, weil bei der Post kaufen sie eine Cola. Sagt so zu mir, er darf das nicht verkaufen, wegen Corona. Und ich denk mir so, Alter... Ich steh da im Laden. Ich steh da im Laden. Ja, ich steh da im Laden. Und da hinten ist die Kühltäcke. Da ist nichts. Warum dürfen sie das nicht verkaufen, Alter? Hab ich mir gedacht. An alle! Freifliche Helikopter Schütze im Einsatz! Oh, laber, Alter! Der U-Team-Kamera, Alter! Ich hab eigentlich mit meiner Kiste... Der Gegner hat mich gesehen, der Zweite. Er hat aber geschaut, dass ich ihn töte, und dann hat er mich getötet. Entschuldigung, diese Gefahr hat. Ich hab die Anleitung. 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 Okay, Sophia hacken. Wenn du vor Updates spielst, geht's ja noch. Ganz genau! Wenn du vor Updates spielst... Ja, ja, dann geht's noch. Eine Zeit lang. Ah, okay. Auf jeden Fall 37 Gigabyte hat das Updates gesagt. Ich denke, das ist die Vorbereitung seiner Vorsorge. Hast du überprüft gerade? Oder ich hab auch gelesen, dass die Playstation manchmal in der Spiele vergesst. Vielleicht hat die Playstation vergessen, dass Call of YouTube ist. Okay. Ist das ein Waffenaufsatz? Schneller ziehen, oder ist das ein... Extra. Waffenaufsatz. Schade, dass man nicht sehen kann, was für ein Update das ist. Alter. Wo ist das? Steht im Netz? Okay, aber bei mir... Ich seh kein... Das konnte man bei der PSV durchsehen, oder? Was das für ein Update ist. So 1.01 oder 1.04 oder so. Das geht hier irgendwie nicht. Oh Gott. Nein, leider nicht. Schade, aber geht da nicht. Fehler zuerst. Ja. Wo... Wo ist denn das schneller ziehen drinnen? Ich glaube auch beim Griff. Griff? Danke. Tempo Tape. Meinst du Tempo Tape, Flo? Irgendwo. Ich bin schon stärke 50 in Assassin's Creed. Ich bin schon stärke 50 in Assassin's Creed. Ich bin schon stärke 50 in Assassin's Creed. Es heißt doch sicher nicht schneller ziehen. Es heißt doch sicher nicht schneller ziehen. Es heißt auch sicher nicht schneller ziehen. Ich glaube das ist Schuss-Sprint-Geschwindigkeit plus 10% oder so müsste stehen. Na, ZV-Geschwindigkeit oder so heißt das genau. Tempo Tape habe ich da. Am Griff angebrachte Panzerband erhöht die Reibung für schnelleres Zielen. Die brauchst du mir nicht das lesen. Du musst die Vorteile unten lesen. Plus 10% ZV Ziel Dauer. Genau das ist das. ZV. Okay. Danke. Bitte. Ich bin einmal da. Du hast recht Flo, aber sonst ist die Waffe gut hier. Finde ich. Wenn wir in Assassin's Creed zum Junkie werden. Aber jetzt machen wir zweimal. Nein, ich habe mich nur verdrückt. Tja. Gut. Ich komme gleich wieder. Ja, Markus. Hm. Stinkt es? Boah, das nicht geil. Tja. 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 November, 25 Patch. Fixed Crash to Loading in the Multiplayer Match. Hat ja schon gut funktioniert. Kannst du mir noch einen Teller bringen, bitte? Sonst bat ich auf den Lackweißen Tisch. Dann schimpft der Markus mit mir. Auf dem geilen Lacktisch. Was ist denn? Schatz hier? Mit wem redest du? Ja. Wo wir sind? Sie sind alle bei mir. Weil ich bin jetzt Level 100 und da wollen sie mir alle gratulieren. Ja, wegen der niedrigen KT gehen sie zum Alex. Besserer Logis und so. Bitte. Also heute zeig ich nicht, dass nicht mein Tag ist, weil ich zieh heute alles. Momentan. Echt? So wie ich dich gestern gezogen habe, meinst? Kampfflugzeuge jede Runde, VTOL jede Runde. Stark, aber echt stark. Aber meine VTOL war so schnell unten in der Runde Nuketown. Ich habe einen abgeschossen und ich war schon unten. Ich glaube, das ist auch ein Bug. Ich glaube irgendwie... Ich muss sagen, weil... Weil ein Schuss und die VTOL ist unten. Habe ich auch schon öfters gehabt und Markus auch. Okay. Das war wirklich gleich. Einen Schuss gemacht, bumm, weg. Dingolein, du fällst noch. Also wenn wirklich die VTOL so billig sich runterschießen lässt, dann ist das echt bitter, oder? Ja. Prost, Malzets. Prost. Prost. Noch nicht schon wieder. Na jetzt geht es sicher ein wenig an ein Update vielleicht, oder? Kann das sein? Nein, das hat vorhin auch nicht funktioniert, wenn man zu uns geht. Okay. Was sagst du, Markus? Wie prüft man überhaupt auf Updates? Ich habe jetzt nichts verstanden, Markus. Warte kurz. So. Wie schaut es aus? Ja. Bei mich nicht löschen, Informationen und der Sonde spielst. Du gehst, du gehst auf das Spiel und drückst die Starttaste, dann hast du Zeit auf Updateprüfen. Jetzt könnte ich ja was sagen, Leute. Ja. Jetzt könnte ich echt was sagen. Norbert. Ich habe keinen Fehler gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Hä? Ich kann die PS5-Saison starten? Was für ein Bullshit! Du hast beide wahrscheinlich installiert. Du kannst ja auch beide installieren. Ich habe aber nichts installiert, Alex. Ich habe nur einen Update runtergeladen. Also ein automatisches sogar. Ich komme TOD, Leute. Warte mal. Warte mal. Wie kann ich jetzt das Spiel löschen eigentlich? Das PS4-Spiel? Okay. Ich hoffe, wenn ich das jetzt lösche, dass es nicht die PS5-Saison ist. Ah, ich kann auswählen, welches ich löschen möchte. Okay. 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 Dann komm mal rein. Alles gut. Ich kann was sagen. Also, ich kann was lernen. Nein. Nein. Tu es nicht. Start einmal neu. Ich hatte es schon zuerst zwei Mal. Und die Pesky neu starten? Es liegt daran, dass Alex in Römos gegangen ist. Bist der Becker. Kommen wir zu Diego? Alter Schwede, heute sind wir ja mehr in der Lobby als sonst irgendwo. Gehen wir einfach alle zu Ingo? Du, das geht sich halt nicht mehr aus, das ist ein bisschen weit nach Deutschland. Sag mal, schaltest du dir einen schlechten Witz hier auf die Hand oder druckst du sie dir aus bei hr.tv? Was ist der so aggro heute, Alter? Ich frage nur, das ist eine legitime Frage. Ich rede nur mit g'scheiter Leuten, so rede ich nicht mit dir. Diese Liebe zwischen euch ist wirklich so stark. Marc. I love you baby. Ich habe mir einen Skaff gekauft von Aim-Controller. Skaff habe ich mir gekauft heute. Von Aim-Controller, ja. Oh ja. Und es ist Black Friday, minus 70 Euro. Aber trotzdem finde ich den irgendwie teuer. Echt? Also ich glaube die sind sogar nicht so teuer, wenn man mit Skaff vergleicht, sind die teurer, glaube ich, oder? Also billiger wären sie wahrscheinlich nicht. Ich habe mir noch nie einen personalisierten Skaff gekauft. Ich habe mir die nur gekauft von, ähm, weißt du, diese Razer oder so. Und Alex? Ich verlange allein nur für die Farbe des Controller schon 20 Euro oder so krank, oder? Ich habe das geändert, ja. Ja, Farbe. 177 Euro hat manchmal gekostet mit geänderter Farbe, äh, Pedals hinten und so. Ähm, und minus 70 Euro war ich auf 107. Ja, und halt Versandkosten noch. Wo sind die daheim? Deutschland auch, oder? Nein. Ich glaube die haben mehrere. Aber ich glaube die sind in Amerika grundsätzlich. Weil die Pedals nach hinten zu bringen, das dauert 35 Tage, oder? Also bis zu 35 Tage kann es dauern, bis du den kriegst. Das ist gewaltig eigentlich. Alex, schau mal. Ja, ich habe auf meinen auch so lange gewartet. Ah. Ähm. Warte mal. Hier ist das schon. Mach die Sowjetunion stolz. Ah. Okay, die HC ist nicht gut geworden. Ich bin noch nie probiert zu fahren. Der Kind ist das früher schon. Ja, geh, geh, Alter. Wo ist denn der gewesen? Spielen wir Hardcore? Ist das Hardcore? Ja. Das ist Hardcore. Oh, Alter, Brudi. Seit wann gibt es das in Hardcore? Seit heute. Geil. Ich habe dir gesagt, Black Ops, vertraut den Hardcore-Spielern. Darum sage ich, heute ist ein Gelungertag. Keiner 100 Assists. Oh, Alter. Jetzt habe ich das schneller ziehen. Rein gehen. Jetzt hat er mir alles rausgenommen, glaube ich. Alle anderen Sachen. Nein. Du hast ihn zurückgesetzt. Bitte? Dann hast du die Waffe zurückgesetzt. Okay. Oder du hast ihn zurückgesetzt. Du hast unansichtlich eine falsche Waffe gewählt. Dann lass. Also, dass wir getauscht die Waffe über kurz? Ja. Das musst du Ingo fragen, Tanja. Ich verstehe Ingo, Tanja, nicht. Aber man hat sie was gesagt. Mhm. Ich höre sie nur über Ingo, wieder einmal. Ja. Ganz leise. Das schnippert. Ja, Mann, schnippert. Das blöd, ich weiß halt auch nicht, wie die von eben Kontrollern sind. Du hast ja... Wie meinst du? Man kann keine mehr bestellen, oder wie? Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Also, ich hab vor einer Stunde so geschaut nochmal. Und da... Hat man noch. So. Warum besteht denn eine Bestellenwinst? Oh. Nicht der Versuch, wieder einen Dribble zu machen. Alter, was ist jetzt? Was? Alter, er spielt nur mit der Schrottflinte, Alter. Alter, was... Was soll der Scheiß? Ich... Ich hab gefeitet... Ich hab gefeitet, bin gestorben, bin kurz in die Waffen... Und... Dings klang hat für 10 Sekunden auf einmal wegen Inaktivität rausgeworfen worden. Echt? Alter! Aber du bist noch im Spiel. Nein, ich bin draußen. Bei uns bist du noch im Spiel? Nee, nicht mehr. Nee, nicht mehr. Alter. Und ich konnte auch nicht mehr reinjoinen. Ja, weil du eben noch bei uns im Spiel angezeigt bist. Nein, nein, wir sind voll. Alter. Achso, ja. Jetzt sind wir voll. Ich schwör, das ist... Also, das ist eine gekämpfte Lobby, krass. Verstehe ich nicht. Boah. Pfff. Das war doch falsche, Markus. Ich wollte finishen von hinten. Alter. Alter, der Sponish wieder geflippt. Alter, schon wieder ne Galate. Oh, der Schrot für den Typ ist wieder da. Also, der hat sein Leben vollendet. Vollendet. Hast du proviert zum unten an? Hast du nicht gehört? Hm? Nein. Schau, schau. Verbindung zum Host verloren. Ja. Lo, wie gespenkt ist. GG. GG. Kein Abflug. So, zu wem joinen wir? Ciao, Brian. Okay, ciao. Ich join Norbert. Ich join Norbert, aber ich werde mich mal lang machen, weil Hardcore erst mich im Nookdown. Aber zuerst, was? Oh, Hardcore Nookdown gibt's. Was sagst du, Sanja? Boah, warte mal. Das wollte ich ehrlich nicht. Naja, ich muss ja nicht spielen, was mir nicht Spaß macht. Genau. Hat er noch mit dem Suchen noch ein Wett? Entschuldigung. Ich versuche mal Tanja zu joinen dann. Ich kann Tanja gar nicht joinen. Tanja ist offline. Ach so. So. Worum sie zu sagen, dass sie sich joinen kann, wenn sie... Okay. Na dann. Kannst suchen, Ingo. Ja. Na dann. Na dann. Na dann. Ich glaube, die werden schon gut sein, Alex. Ja, sagst du mal Tanja. Ich habe heute mit jemandem geredet, der hat auch einen Skat-Controller gehabt. Vom AIM-Controller. Er hat gesagt, die waren ganz gut, aber diese hinteren Pedals, die musste er halt alle paar Monate mal austauschen. Oder alle paar Jahre, ich weiß es nicht genau. Auf einmal, er musste sie halt ein paar Mal, also nicht ein paar Mal, aber er musste sie halt zweit einmal austauschen, derzeit wo er die Kontroll hatte. Das ist aber ull leicht gesagt, denn man schraubt das hinten einfach auf und schraubt ein anderes an und das war's. Und wie viel kostet allein nur die Pedals? Ich schätze mal, die wären 20 Euro kosten. 10, 20 Euro. Ich habe gleich mal gesehen, dass man die überhaupt solo kaufen kann. Eben drum freue ich hier. Die waren ziemlich teuer nämlich. Von der Marke SCAV oder wie? Ja. Jo. Okay. Ich habe alle eben nur bei SCAV Gaming bestellt. Aber die haben noch keinen PS5 letztens gehabt. Ciao. Ich schaue gerade nach, was die Pedals kosten, wenn ich die da finde. Ich meine, die Seite ist eher so semi-geil von denen, finde ich. Die ist halt eher Krebs. Ich habe 4 Tennis oder nur 2? Ich habe 4. Man kann nicht zwischen Spiel und Star wählen. Zumindest darf ich sie nicht auswählen. Oh, okay. Und 4 brauche ich ja zum Beispiel nicht. Ich eh auch nicht. Ich werde sie auch nicht verwenden, aber wenn sie da sind... Wenn sie da sind, sind sie halt da, Alex. Ja, aber... Nur Team Damage hier. Nervt mich irgendwie. Wir übernehmen die Kontrolle. Wir haben die Führung verloren. Nein, der ist dort schon... Der gammelt dort schon wieder rechts im Eck. Und beim Auto. Ja, deswegen hasse ich jetzt den Hartenkopf in Nutri zu spielen. Das ist mein Gammeltest. Das ist mein Gammeltest. Naja, das ist genauso wie... Aber im Standard kannst du besser reagieren und sie weg wollen. Ja, das schon. Aber dafür musst du auch 100 Mal auf einen drauf fallen. Ja. Ja, ja, die Time to Kill ist in dem Spiel nicht so schlecht. Naja, aber gegen 2, 3 schaut es trotzdem scheiße aus. Also meine Bestrunde hatte ich im Standard. Aber ich nehme das Gefühl, dass die Skill was ausmacht. Hier ist halt Lucky Shot und du bist weg. Und schon wieder tot von hinten. Ganz. Vor allem mit einem Schuss. Du kannst nicht reagieren. Ja, da wird man relativ leicht überrannt. Von hinten. Wir sind an der Spitze. Okay, die tun den Spawn flippen wahrscheinlich. Machen sie schon die ganze Zeit. Bissar. Wir verlieren die... Alter. 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 Ich kann mich an keine Standard darunter erinnern, wo ich 4-8 bestanden bin. Äh. Oaaaa. Da. Ich kann mich anstehen. den habe ich Alex ja das macht für mich kein ziel also ich mache nach der Runde hier wirklich jetzt nicht ja aber so gut sind die Gegner nicht ich bin wieder hinter mir jetzt brauche ich ich steppe da geht's ab Was? Da hat er mich geholt. Volle weh, Schader. Nein. Dirty Bastard. Tut es nicht für mich, gut in Sieg für mich. Feindlicher Napalmangriff im Anflug. Feindliche Vorwege unterwegs. Feindliche Spionageflugzeuge im Anflug. Alter. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Davon erholen wir uns nicht mehr. Schwingt eure Herrsche zurück zur Basis, EA. Kommando, die Mission ist gescheitert. Kommando, die Mission ist gescheitert. Okay. Ciao. Ciao. Hörst du wirklich auch jetzt? Ja, ich spiel was anderes. Es macht ein bisschen Spaß. Okay. Ich möchte nicht gammeln, um Spaß zu haben am Spiel. Und in Handkorn musst du gammeln. Auf Nutan. Und jetzt geht's. Ich spielere mich rein. Ich spielere mich in den Handkorn. Ich spielere mich. Ich spielere mich. Und jetzt starte ich das Wasser. Hardcore Team Deathmatch Die Zeit läuft ab, an die Arbeit Nein Bin ich cold worden Wir sind vorbeigezogen Heute hat er mir den Scheiß-Ganaten daunt, wirklich Das ist wirklich nervig Jetzt habe ich beim Boost noch den Fuß von den Typen gesehen Zuerst Granate, dann Blend-Granate und dann cold worden B-Leak 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 Nein! Oh! Feindliche Vorräte unterwegs. Feindliche Spionage, Abwehrflugzeug, Anflug. Ein Gefechtsbogen bereit. Entschuldigung. Oh. Not allowed. Okay, bei uns ist er nicht in Spawn. Ja. Wieder der eigene. Park ich schlecht nicht. Vito einsatzbereit. Helikopterschützer einsatzbereit. Feindliche Fernleckladung entdeckt. Du holst da rein, weil es nicht die eigenen. Ja, ich weiß nicht, wir spawnen da links, rechts, links, rechts. Das war Vito. Feindliche Vorräte unterwegs. Alter. Der Vito ist wirklich bei Anschluss, weißt du, ne? Feindliches Geschütze einsatzgebildet. Das muss man anfangs machen, weil ansonsten zeigt es sich überhaupt nicht aus. Feindliches Spionage-Flugzeug über euch in Position. Aber das war gleich nicht von Anfang an so, nämlich. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Alter, 100 Punkte weg. Mehrere feindliche Geschütze sind im Einsatzgebiet. Kampfflugzeug Feindliche Fernleckladung entdeckt Nein Starker Runde Alle Feinde ausgestattet Ungewandt, Kombi Hat eigentlich gut angefangen, aber dann sind meine drei Mitspieler die ganze Zeit nur auf einem Fleck, alle drei gewesen Dann legt der eine den, dann legt der andere wieder den Rezipien und dann legt der andere wieder an, das muss dann ein Fall sein Krass, sechs Waffenstufen Ich habe ja auch gesagt, ich war urtreuig gewesen, weil das mir passiert wie heute Ich hoffe es kommt nicht mehr wieder Was? Ich hoffe es kommt nicht mehr wieder Es kommt sicher nicht wieder Also wie gesagt, alle die ich bis jetzt mit diesem Problem gefunden habe, haben den Ruhrmodus verwendet Das heißt, solange bist du im nächsten Patch, solange du den Ruhrmodus nicht verwendest Es gibt übrigens eine neue Software für die Playstation, gell, Alex? Die habe ich aber nicht Hast du probiert zum Runterladen? Ja Wie hast du es probiert? Ich bin auf Software anschauen und neueste Version Aber vielleicht war das wirklich schon Genau Vielleicht war das das, was er mir heute geschickt hat Ja Ja Wie viel Level finden Sie noch? Ich glaube 8 Achso Stark Danke Da ist ein Zombie für dich auch immer besser No, nein Wer meinst du? Ich bin in die Führung Wollte, wo kann ich jetzt einmal? Aber Zombie macht mir nicht so viel, oder? Oh ja Wir haben es schon gepatcht Ah ok Was war ein Fehler das? Nein Was war ein Fehler das? Ja man hat ja nur, ich weiß nicht, 6000 Punkte oder so bekommen, wenn man bis dahin ohne 30 war Das heißt man war quasi eine Stunde beschäftigt Ich habe dafür fast so viel wie bei einem Spiel bekommen Ist mir auch gepatcht, dass man jetzt mehr XP kriegt durch Waffen halt Feindliche Spionage Flugzeug über euch Ich habe euch dann zugeschaut Dominik, krass seid ihr Worum? Und der 500 schon Er hat sieben Stunden schon gespielt Das finde ich echt krass Aber das finde ich cool, dass man dann Dass man dann zum Beispiel Das man dann zum Beispiel Das hat aber andere Teammates mit gehabt, oder? Die auch gut für mich gespielt haben Nein, alleine Alleine Alleine, Solo hat er gemacht Krass Nein Da müsste der Klautzer spielen auch mit Flyman Ja Mister Klautze Die Mister Klautze Ah, der Buchclub Der war heute schon Auch mit dabei Ja Spawnflip Habt ihr schon gesehen, was für Kartisch die es jetzt mal gibt? Keine Ahnung Nein Worms zum Beispiel Das neue Worms Da gibt es ein Worms Nein Doch Am Am Arabischen Markt, glaube ich, haben sie das gesagt einmal, oder? Schon Was denn? Ich habe gelesen, dass sie das für den arabischen Markt bestätigt haben Diese Spiele Das ist schon offiziell Achso, ist schon offiziell Okay Aber ist das nicht dasselbe Markt? Oder haben die echt andere Spiele? Manchmal haben sie andere Spiele Der asiatische Markt zum Beispiel Ja, das habe ich gar nicht gewusst Ja, asiatische Markt hat oft eine andere noch Noch irgendeine Aber sie haben öfter erst mal eine andere Noch irgendeine Ich glaube, Just Cause Hey, kommt der Schütze 1 jetzt bei Ah, jetzt habe ich die wieder wieder vergessen Aber das war noch ein cooles Spiel, ja Stimmt, warte ich schon mal nach Was das nächste Spiel war Was das nächste Spiel war Also ich glaube, in Nuketown könnte ich echt mal eine Nuketown Wir passen Wir passen Die Nuketown In Nuketown Nein! Oh, Rocket Arena Rocket Arena? Ja Das sagt mir jetzt nichts Was ist das? Das ist das... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Feindliche Vorräte unterwegs, feindliches Spionageabwehrflug in der Exterverlust, feindliche Vorräte unterwegs. In der Cloud vielleicht, ja. Ja, wenn es aber in der Cloud ist, dann... Hast du in der Cloud geschaut? Habe ich nicht geschaut eigentlich. Na eben. Die PlayStation lädt eigentlich sehr automatisch aus der Cloud runter. Ja, sehr vieles ist in der Cloud. Da bin ich auch überrascht. Feindliche Spionageabwehrflugzeug im Anflug. Okay, Spawn ist geflippt. Mach die CIA stolz! Alter... Von hinten? Ja, ich glaube schon. Ja, wieder flippen. Das nervt ein bisschen hier. Ja, das ist es halt. Wenn man Nuke dann wirklich so im Teamspiel kann man da richtig geil spawnswappen. So wie wir sie eine Runde gehabt haben. Ja. Bis Marco mich gekillt hat. Komm raus, der Traum. Feindliche Spionageabwehrflugzeug über euch in Position. Von meiner Nuke. Was wäre? Wie ich sag, du würd mal in der Cloud schauen, Alex. Das hab ich ihm eh auch schon gesagt. Er hört nicht auf mich. Ja, er hört nicht auf mich. Obwohl... Warum hast du dich da drauf? Ich hab noch nicht geschaut, Leute. Ich hab noch nicht geschaut, Leute. Ja, aber du hast gerade gesagt, du musst wieder von euch anfangen. Das wüsstest du. Das hättest du schon geschaut. Nein, hab ich nicht. Aber ich denke es halt. Wir schauen in der Cloud nachher. Das ist eine Sekunde, ich gucke mich. Er ist noch nicht. Das finde ich mit einer Fluchtwung zu machen. Das ist ja die Maschine. Ich hab jetzt in der Fluchtwung. Nämlich. Auf der shelf! Das ist ein Quiz. Er ist eine Basis. Hasen, ich hab noch nicht gesehen. Ich habe damit gesehen, ich habe ein paar Gradien. Ich habe jetzt einen Film zu machen. Ich habe meinen Halter. Bitte, leise. Was sieht man, jetzt war es jetzt auf die Schnelle. Was? Wo man es sieht. Was willst du sehen? Ja, die Cloud. Ich sag's dir gleich, Moment. Ich komme doch noch für 1-2 Runden nach COD. Ich mache nur kurz den Kampf. Fertig. Ich gehe nur kurz aus dem Speichergebiet, nehme ich raus, dann kann ich speichern. Zeig. Speichern für die Daten, Cloud-Speicher. Hast du schon gefunden? Da steht nur Cloud-Speicher, aber nicht. Warte kurz. Alter, wann kann ich speichern? Aber... Speichert man Valhalla nicht mehr automatisch? Nach einem Quest? Doch, aber ich will trotzdem die Musikzaber selber speichern. Ich speichere auch immer Sicherheitsaber. Also, Alex. Also, Alex. Ich gehe nicht drauf. Alex, ich gehe mit Einstellungen. Warte mal. Wir sind an der Spitze. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Achso. Anstellungen? Anstellungen? Ah, ich weiß schon, wie es ist. Wir haben die Führung. Okay. Jedes Mal, wenn du sagst, ich schläbe dich. Entschuldigung. Einstellungen? Hä? Da gibt es viele Daten und viele App-Einstellungen. Ich mache das nicht so schnell. Einstellungen. Ich weiß nicht, dass es da ist. Ich mache das da. Ja. Und dort gehst du in den Konsolen-Speicher herunterladen und kannst dir deine ganzen Spiele anbauen. Ich kann aber auch schon, dass du bei der PS5 schauen musst, weil ich weiß nicht, wie sie das speichern, weil du es auf der PS5 gespielt hast. Nein. Feindliches Spionage-Flugzeug über euch in Position. Nein, verweilen nicht. Wir übernehmen die Kontrolle. Hast du alle Spiele schon gut schaut? Ja. Ist das so wenig in den Vorteil? Ja, ich lösche die meisten durch. Ja, aber die Cloud-Speicher wird ja nicht gelöscht. Hast du gar nichts drinnen oder nur das Spiel nicht? Oh, ja. Ich habe die Spiele auch nicht. Dann hast du keine automatische Cloud-Automassierung. Aber das ist ja auch nach Datum sortiert. Aber sie sah am Anfang gleich an. Eben. Eben. Ja, dann kommt so weit klar nichts. Na. Das sicher nicht. Wir übernehmen die Kontrolle. Hier sieht ein anderes Wasser noch nicht raus, oder? Da flippt der Spawn hin und her. Ja. Das ist so nervig. Und die Granaten sind auch nervig. Also der Diener ist doch dieses Rocket-Dick-mäßige mit dem Zustand, aber auch nicht verstanden. Was? Ah, okay. Im Dezember gibt es gute kostenlosen Spiele, die wir spielen könnten. Ja, eben Worms Rumble. Das ist sowas wie die Worms-Beternialer mitgeheuern. Ich habe die Worms-Betern. Das ist die Worms-Betern. Das ist die Worms-Betern. Und ich weiß nicht was. Ah, ist das das, was ihr schon mal geredet habt? Ja, genau. Nein, das ist die Struction Allstars. Ah, stimmt. Ups, ich habe das verwechselt. Das kommt, glaube ich, erst im Februar. Dann muss ich schauen, was Rocket Arena ist. Aber es kommt ja auch gratis. Im Februar aber erst. Ja. Aber gratis. Genau. Wieder Badesaden. Man kann hier nichts auffahren einfach und es nervt so hart. Nein. Das war bei den früheren aber nicht so, oder? Was? Dass das so arg war. Doch. Doch? Was? Bis vor dem Glück. Die Worms-Betern war ich schon. Aber im Team geht es halt. Das ist ja, wie wir zuerst so viel gespielt haben. Was? An? Ja. Krasse. Was? Das hat nämlich Luftpatrouge im Anflug. Wenn mir eine Nu kam. Den eigenen Lukan. Ich weiß nicht, wie sieht der Buß bei mir aus. Na, was ist das so? Da gibt es nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Das ist ganz seltsam. Das ist ganz seltsam. Okay. Die Flak habe ich mir schon geholt. Warum holst du dir so viele alte Spiele, anstatt ein neues? Weil ich die auch ausprobieren möchte. Also ich verstehe euch manchmal nicht. Also Alex ist ok, aber du hast eine neue Konsole, du kannst bessere Grafisch spielen und du spielst halt alten Schinken. Ja. Ich verstehe es halt noch nicht, weil du warst so ungeduldig, du wolltest unbedingt die neue Konsole haben. Du hättest ja gleich wieder alt bleiben können, das heißt. Das Blackflake kann ich hier auch auf den neuen spielen. Und wie gesagt... Ja, das hast du keinen Unterschied. Wie gesagt, was soll ich spielen? Ich meine, Spider-Man kriege ich zu Weihnachten. Ja, Valhalla zum Beispiel. Du brauchst jetzt so zwei alte Assassin-Spiel. Ich meine, spiel obwohl Valhalla hätte spielen können. Also interessiert es keinen Fall, wir gehen doch ganz normal. Ja, 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 ja. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ich dachte, dass... Von Marble, dass das Update eigentlich rauskommt dann relativ bald, aber... Wir verlieren den Vorteil! Hinter uns schon wieder. Achso, ich hebe nach dem Ladebild schon. Echt? Ja, ne, nur Start, ne. Irgendwas ist da ordentlich Buggy heute. Entschuldigung. Wie gehts besser, wenns ob ich so Haller bleiben soll? Kannste noch umsteigen dann? Täusche ich mich oder hat es nicht mehr geheißen, man kann bis zu zwei Spiele gleichzeitig dann quasi offen haben. Das ist völlig Spaß, das Progression. Und das ist halt das Nächste, das verstehe ich nicht, warum man es nicht macht. Also ich finde, dass es Sinn hat, das an... Ohne Spaß, also es feiern so viele Leute, aber ich verstehe nichts wieso, was habe ich davon? Wahrscheinlich schnellere Ladungszeiten. Geschütze aktiv! Ja, scheinbar, um die Busen laden. Ja. Feindliches Spionageflugzeug im Ahlflug. Das ist halt ständig irgendwer hinter mir, oder? Ja, das ist echt Angst, du meinst. Da muss man teilweise so aufpassen, dass man bei den Kindern nicht dabei rennt. Ah, in der Garage ist einer. Okay, ich gebe nur noch Valhalla mit rechts. Sie können schon... Ich wieder mit rechts spielen, aber auf Hardcore macht mir das einfach keinen Spaß. Siehst, für das wäre das gut. Kann er gleich reinzwischen ins Zweite geben. Warum? Weil Valhalla dauert zwei Sekunden zum Start. Bistöppert. Warte. Ich habe gerade auf einen geschaut, zum Beispiel auf einem Gegner. Und habe aber gleich geflogen, wie wir hinter der Wandern schreien. Wer Feind hat eure Näherungsmine zerstört? Geflogen einsatzbereit. Äh. Schon wieder? Krass. Du läufst momentan. Jetzt habe ich keinen mehr killen. Sorry, Norbert übrigens. Kein Problem. So oft, wie ich dich schon gekillt habe. Alter. Ach du bist im Gegenteam, deswegen kenn ich dich immer. Ich denke mir erhört schon wieder. Ah ja. Na du bist im Gegner Team. Ich dachte mir auch noch da, na. Na. Jetzt hätte er mal einen richtigen Gegner gehabt. Na, es hat noch Wack gemacht, es macht nicht Spaß. Andere werden bestimmt noch mehr, aber... Wir liegen in Führung. Aber ich gebe immer so leicht auf mit den Spielen. Oh. Du vergleichst immer Äpfel mit Birnen, oder? Das ist so ein Wahnsinn. Ja, genau. Ein Erwachsener-Mann der Äpfel mit Birnen vergleicht. Oh. Was hat das mit Aufgeben zu tun, wenn ich das keinen speichne? Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Wir liegen in Führung. Wir liegen in Führung. Zeigt eure Überlegezeit. Nein, Spawnflip. Also ist ja keiner im Team, dem ich das zeigen kann. Hast du recht. Ups. Ich hab' dann auch schon lange mal gesehen. Das hab' ich auch schon lange mal gesehen. ganz knapp oder ist das billig aber der filmpuppen ist das wirklich streamst du gar nicht mehr naja ich hab ja noch spielen angestattet jetzt lass ich es was denn wenn ich damals playstation werde ich in den mittelfinger zeigen mal hallo ich überlege wieder nach der züge er kommt zu uns ja wenn auch eine runde zu ende ist dann spielt er eine runde flucht wie der uhr geht wie der wahlheiler ja das kann passieren ich komme halt jetzt nach der arbeit ich habe dann halt dann bock mich mit ihm das umzuschlagen sagt entschuldige den wikinger wo er schlagen tut aber ich weiß was du meinst das spiel macht echt laune muss ich sagen das was mir an ori und origins hat mir halt nicht gefallen zum beispiel dass es viel zu überladen ist du hast gefühlt alle zwei meter ein fragezeichen und das hat so gestört und hier hast du dann hast du was nein es ist zwar viel zu tun aber es ist nicht einmal annähert so viel wie dann anders spielen sie haben gesagt es ist kleiner geworden genau sie haben gesagt sie haben die quests gestraft weil sie sie haben das so erklärt das passt auch nicht ganz weil die wikinger ehrlich erobern und da passt das nicht wenn sie den leuten helfen so viel ja stimmt also in odyssee habe ich schon zwei drei aufgaben gehabt wo ich mir was meinst du denn vielleicht vier aufgaben wenn du jetzt bist du deppert ja so hol mir das für zwei gräuter weil ich will mit meinem mann machen und er kann nicht mehr die hatte die eine mission war geil leider ich habe den ehemann holen müssen von einem stein der von krokodil umgeben war und da ziehen aber quasi im suv geheiratet und er wollte gar nicht herab das gibt es nicht also ich bin so teilweise heute von pech verfolgen oder wichser du wichser du blöder du musst doch sehen dass ich dass ich oder den klitoris hol ich mal oder wie der heißt war wirklich und ich will ich will fucking spieljet oder ich will das fucking spieljet das einzige was ich nicht herausgefunden hat wenn die season beginnt ja levelt man ja wieder so 100 auf 200 aber genau aber dann wenn die nächste season beginnt wird man noch 55 wieder zurück gestuft und kann man dann wieder bis 200 leveln oder glauben ja nur bis 100 ich glaube dann bis ich glaube dass bis 200 bleibt aber das werden die ich bin auch gespannt auf die herausforderungen wie die das mal aussieht was wird sicher wieder herausforderungen geben die ak muss ich sagen nach echt laune hätte ich nicht gedacht ich habe bis jetzt in jedem zimmer die ak ich kann nicht gemocht aber freundlicher napalm ein griff im anflug freundlicher napalm ein griff im anflug ist das kein problem ich kann warten beziehungsweise ich spiele ja egal nein oh ich freue mich schon auf elektronik for you gibt es morgen die ersten black friday angebote was black friday ich habe wie gesagt elektronik for you wieder zu mensch darab und wenn es ihnen was gibt es was ich brauche an zeichnen wir holen wir haben mit der ps5 haben die so einen guten kunden sofort gewiesen weil wir nachher alles verdienen das stimmt wenn ich dann ingo denke wo sie gesagt haben ja pech gehabt wenn du es im geschäft bestellt hast ja 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 aber der hat den ich weiß nicht irgendwas bestellt in irgendeinem fern ja aber trotzdem das habe ich nicht aufgepasst oder das ist zum spiel etwas aus dem walhalla scheiße ist wenn er nicht aufpasst perfekt spitznaß ihr sichert euch die führung durch den questlock bei den ganzen weltdingern das heißt äh du musst halt aufreißen sonst musst du im internet probeln wie du erinnern kannst wenn du es nicht schaffst echt? aber dass du es irgendwie scheiße das ist finde ich auch für da haben sie ja auch schon einfach aufgeregt und jetzt habe ich hier mit für die tristatschen gesagt die ist auf dem kasten und auf das habe ich eigentlich dann auch keine lust was ja mal ein bisschen mitdenken bei spielen ist ok aber ich möchte mich jetzt nicht so voll was er drauf spiele es jetzt aus genau so wird es gemacht ja ich komme rüber das gibt es echt nicht ich bin so komplett verfolgt und warum ich bin jetzt wieder auf 19 ja 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 und spielbares zuerst war ich auf 23 und dann hat mich marcus gekillt und äh ich muss gerade fragen ja aber du gammelst halt dadurch du bist dann der gammelspitz warum naja weil du halt immer auf in welchem Haus du bewegst oder sowas war ein blödsinn alter schau dir die ab ich käme jetzt an ich kann ja nicht schauen ja ist aber schuld aber ich hoffe wirklich dass du bist schön aus dem fenster gesprungen komm weiter hoffentlich tun sie das noch nachpatchen das mit dem questlog ist ein problem eigentlich naja nein warum wenn du aufpasst reicht das das sind ja ganz kurze aufgaben nur ach so aber trotzdem in der regel das heißt du spawnst irgendwo und weißt dann nicht mehr wo du hin musst warum die aufgaben sind kurz das heißt wenn du eine aufgabe anfängst dann machst du es ja doch jetzt gleich zu kann ich beitreten aktuell echte zeit nicht gewartet du warst aber drinnen ich war nicht drinnen ich war nicht drinnen ich war nicht drinnen wie soll ich drinnen gewesen sein ich hab doch das spiel gestartet norbert ich kann es mal wieder joinen ich kann es mal wieder joinen Ich wäre für Normal-Mode, wenn es euch nicht startet. Aber ich würde Hardcore mitspielen. Achso, Normal-Mode wirklich normal und nicht irgendein anderes Hardcore. Ja, Normal-Mode ist normal. Normales Hardcore, ohne Nuke. So meint sie das. Nein, normales Nuke dann. Achso, so. Jetzt habe ich euch. Das 24-7. 24-7. Alex, bist du draußen? Ja, jetzt ist er draußen. Ich bin noch drinnen, aber... Siehst, und das war bei dir vorhin auch so. Es waren alle drei drinnen auf einmal weg. Aber ich war gar nichts drinnen noch. Aber vielleicht war noch in der vorigen Runde noch drinnen was. Das kann sein, ja. Okay. Jetzt ist Alex wieder da, wo wir es nochmal... Ich bin noch drinnen. Cool. Das ist cool. Hm. Und... Die eine... Oh, das war halt wieder nicht gezählt. Ich dachte eigentlich, ihr spielt das Dings. Ja. Zombies, wenn ich komme. Wäre lustig gewesen. Was sagt er jetzt? Ja. Du hast gesagt, um 9 gibt es ein Zombies. Ich habe gesagt, da mache ich mit. Oh, was hast du gemacht, was du gesagt hast? Booty. Also, ich habe jetzt knapp 60 Stunden Spielzeit in Valhalla. Und ich muss euch sagen, im Moment habe ich das noch annähernd den Hauch, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Aber ich möchte jetzt auch etwas anderes machen. Mein Problem ist immer, warum so viele Spiele nicht beendet ist, weil ich mir ein neues Spiel kaufe. Dann fasse ich das neue Spiel an und spiele das alte nicht mehr weiter. Und jetzt werde ich mir einfach als neue Spiele kaufen, wenn wir einfach ein Bock haben machen. Dominanz. Wir übernehmen die Kontrolle. Ah, jetzt muss ich mal bitte hier. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Das muss ich mal reinmachen unbedingt. Oh. Wir sind vorbeigezogen. Wir sind vorbeigezogen. Es ist eine Frage, dass du auf einmal wieder hinter uns bist. Sind alle hinter uns? Oh ja. Einer ist im Haus hinter uns. Lauter da halt. Jetzt ist er sicher geflickt. Aber das ist halt das, was mich nervt. Ja, aber genau das ist das, was mich in Standard macht. Ja, aber genau das ist das, was mich in Standard macht. Wenn das wenigstens zu meiner Serie dazuzählen würde. Aber weißt du, das war schon immer so. Hätte ich ja kein Problem. Nein, früher hast du einen Assist bekommen einfach. Ja, eh. Aber jetzt ist das so, wo halt ohne Dings. Ja. Nervt mich aber. Das ist sicher wieder geflickt. Weil bei dem, den musstest du wirklich nur mal anspucken eigentlich, weißt du. Oh, Alter. Er schießt auf den anderen und mich kriegt's. Oh. Ihr lasst halt alle den Sponsor zu vertreten. Ja. Ja. Die können das leider nicht. Jetzt ist schon wieder hinter uns. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh. Die gehen auch immer schnell rein. Im Haus, bei uns ist, glaube ich, einer dringend. Oder im Sponsor. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ich hab keinen Blunder. Okay. Okay. Der eine nervt, der hat nur einen blauen Punkt über sich. Ja, die Namen, das ist sowieso koreos. So, wieder einer. Mit dem Smiley. Ja. Den hab ich zweimal geholt. Ah, was ist denn da? Was ist denn da? Was? Was ist denn denn der Luftfeld da? Die Leute abgacken. Heli hat scheinert. Und die scheiß Schrotflinte. Die sind da. Ich bin ausbewusst zu sein mit Schrotflinte. Ähm, und... Noch was wegen den Eliminierungen. Und, und? Verdammt nochmal auf, wo du hin schießt! Okay, doch nicht. Ja, was ist denn da mit? Jetzt zählt sie auch wegen der Abschlussserie dazu. Früher hat ein Assist auch dazu gezählt. Ich schreie, ich krieg die Kante. Der eine sitzt die ganze Zeit da hinten dran. Schau uns wieder. Sie schießen auf andere und mich trifft sie, weil ich gerade hinterher vorbeilaufen bin. Oh, nein. Ja, nicht. Geht. Bomben, ich bin. Du, frag einmal Markus. Ha, 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 ha. Das hat mich echt geärgert, oder? Muss ich aber ehrlich sagen? Ups. Ich meine, das war lustig, ja? Ja. Ja, pur geärgert. Ja. Da ist das andere dabei. Den hab ich getroffen, ohne Kaltflinte. Wie das sich der Klauen kann. Aber ich hab kein Glück gehabt, worum bin ich gestorben? Demons Holes muss ich auch noch spielen, leider. Ach, das freu ich mich auch noch. Warte, ich brauch Urlaub, bitte. Hab ich, hab Odessy begonnen. Helfen wir vor allem, wieder Odessy. Das ist ärgerlich, ja. Oh, ärgerlich. Der, meine teammate, rennt ständig in Spawn ran. In Spawn? Ja. In Bob? Nein, den wollte ich jetzt killen. Und wieder geflippt. Mann, ist das nervig. Der mit der Spawn nervt mich einfach. Vorsicht. Der mit der Spawn. 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 Aber schau mal, ich find Standard einfach viel angenehmer. Wirklich. Ist nicht. Ich weiß nicht, den Rimm. Der mit der Spawn. 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 Ja eben. Ich versuchte es schwer, eine Serie aufzubauen. Ja eben. Ich find's ja eine Serie aufzubauen. Sieso, weil es an dem Somm. Der mit der Spawn. Der mit der Spawn. Er schießt ihn fünfmal ab. Und er schießt einmal mit einer Snipper und holt zwar. Ist aber schon 15 Mal gehittet worden. Ja, andersrum kannst du dir aber auch sagen, was ist der Spawn. Okay, willst du nicht mehr, Alex? Er ist wieder ausgeflogen wahrscheinlich. Ja. Andererseits kann ich dir sagen, was ist so super, wenn du im Pre-Aim sitzt und dich einfach nur anspuckt und du stirbst. Oder er sprayt. Sprayt nach links und rechts komplett in die vorbei. Aber eine Kugel trifft dich und die tötet dich. Ja, ist aber in echt auch so. Ja, aber ich spiel kolossiert ja nicht wegen Realismus. Ja eh nicht, aber was machen. Das ist genau so das Fadenkreuz. Ich tue hier auch viel mehr in normalem Mode. Einfach Spawn. Weil ich sehe das Fadenkreuz in der Mitte. Aber ich muss echt sagen, da gibt es alle möglichen Tricks. Zum Beispiel es gibt Monitore. Da kannst du ein Fadenkreuz einfach in der Mitte platzieren. Ja, könntest du. Aber wer macht das wirklich in Hardcore? Sicher ist es so viele Leute gibt es, dass die das machen. Ich glaube schon. Also ich glaube, das gibt es mehr als wir denken. So was. Auch wenn wir es nicht nutzen, glaube ich, dass es trotzdem, vor allem die PC da, dass es davon mehr gibt als wir nutzen. Das ist mal eine geile Lobby. Also nur Österreicher fassen die Lobby bei uns. Woher weißt du das? Weil Odd und wir drei sind fünf von sechs. Achso, bei uns. Okay. Das ist ja bei uns. Der Xander, der 96er. Drei Level eins. Das sind wirklich drei Level eins? Nein, okay. Das ist halt klasse gewesen. Ich meine, ich verstehe, dass du meinst. Ich spiele auch normalen Modell. Ich habe nur so gespielt. Aber ich finde halt Hardcore angeguckt. Wegen solchen Sachen. Man kann sich ja abwechseln. Was weiß ich, Mann? Man muss ja auch sagen, dass die Time-Druck-Kill ja auch schon besser geworden ist. Also sie war schon mal schlimm. Aber jetzt nur so ein paar. Ich habe 252 Schaden gemacht, ja? Und habe keinen anzingen. Wenn ich mir in dir sitze. Nein, Spaß. Ja. Aber verstehst du, Mann? Ja, ich verstehe. Und wenn zwei oder drei auf dich zukommen, hast du gar keine Chance. Bis du einen Dawn hast und den zweiten geht er auch noch, aber der Krieg erholt dich dann. So schlecht kann der Krieg dir dann gar nichts dran. Machst du, Mann? Ja, ja. Da sind halt Sachen, die nerven. Wie gesagt, sonst spiele ich Normal-Mode auch. Ja, vergibt's. Aber wenn du sagst, man kriegt keinen Assist, man kriegt doch eh Punkte, wenn man den anhittet, oder? Ja, aber wenn du eine Serie hast, multiplizieren sie ja die Punkte. Ah, okay. Und die krieg ich aber dann nicht. Mhm. Shit. Ich hab jetzt grad zehn Kills oben gemacht und dachte, die haben's nicht überrissen. Die sind so dumm. Die gegen das mit einem Absolut Applaus. Nein. Wo hast du zehn Kills gemacht? Am Dach. Auf der B drüben bei ihrem Spawn am Haus. Da bin ich einfach gestanden und hab die ganze Leute gekillt. Zehn oder so. Und die haben's nicht überrissen. Ah, jetzt will ich von Babysat in die Füße da. Oh. Feindliche Spionageflugzeug im Anschluss. Da kommt einer nach hinten zu uns im Spawn. Alles rechte, linke Seite. Wer ist im Haus? Ja, ist im Haus. Ich hab ihn halb gehittert. Oh. Boah. Spawn fliegt scheinbar. Was siehst du? Das... Das nervt mich halt im Gegenkollerflug. Weißt du? Das mit dieser Serie. Was ich das jetzt brauch. Was brauchst du denn? Ja, die... Die sind multiplizierend. Ach so. Ich muss nicht sagen, ich brauch ne Vierer-Serie, ja? Sondern... Was? Ich brauch wirklich... Sechs Kills in Serie. Sonst würde mich das auch nicht so stören. Ja, aber es hat sich im Bezug nichts geändert. Nein. Es ist nur anders aufgebaut, aber im Prinzip... Es ist nicht anders. Ich krieg jetzt einfach nur eine Bewegungspunkte zu, aber nichts für meine Abschlussserie. Ich hab davon nichts. Ich hab nichts davon, weil ich sechs Assists hintereinander bekommen. In jedem Spawn. In jedem Spawn. Ich krieg jetzt keine Gegend bei Spawnern, oder? Alte, auf der Seite. ein schmierer ein schmierer bin ich tot zum beispiel hast du in einem leben 800 punkte gebraucht für ein heli jetzt habe ich dort bekommen das sind 25 punkte wenn ich aber hier eine siebener serie hätte würde ich für diesen siebener schon 300 punkte bekommen der nächste würde ich 250 bekommen für eine eliminierung auch wenn es anders ist das system das gleiche muss du musst du musst kipps machen ohne zu sterben ja ich sterbe auch nicht nicht aber wenn der ein bis zum ende an und ja das wäre aber normalen kommen im letzten fall zum beispiel in mw bekommst du einen kill wenn du ihn und der assist war die hälfte der punkte aber hier bekomme ich nicht die hälfte der punkte das stimmt schon aber du hast in den anderen kaufst du hast auch vieles gebracht wenn ich bitte ohja du hast punkte gebraucht in jedem kopf hast du punkte gebraucht ja im black ops ja wir sind hier im black ops aber du kriegst hier 5 und du hast in einem kaufst du bist für nassist 500 punkte bekommen in 50 50 das heißt du bist für nassist genannt geworden genau ich starte aber vielleicht 300 ja aber du wenn du in 60 form deswegen hast du nur dass du verstehst du worauf ich hinausfiel du hast hier einen anderen kaufst du die 25 bekommen statt die 50 du bekommst aber hier ich verstehe jetzt was du willst du meinst verstehst du woran ja weil wenn ich in der 7er strike bin würde ich 400 punkte kriegen jetzt für den 8 weil du hast für die serien weniger punkte gebraucht in einem anderen kellen zum beispiel jetzt habe ich es überrissen sorry verstehst du und du würdest 400 punkte kriegen krieg aber nur 50 obwohl ich sage ich jetzt quasi im keyes gemacht habe ja cool habe aber nichts davon und das ist das was mich nervt das hätten sie anders machen müssen übrigens Norbert zu deinem thema was ich heute gefunden habe mit den lüftern ja haben sie auch hat sonisch schon längst gesagt dass sie die lüfter anpassen werden wenn es notwendig ist mit updates alle kann man mit updates anpassen das ist ja krass alles kann man mit updates anpassen du kannst in deinem pc system zum beispiel wenn du dich ausgrenzt kannst du auch die lüfter höher oder weniger hochdrehen lassen du kannst das ja alles einstellen das können die halt einfach auch mit dem system ich meine die playstation wird dann wahrscheinlich auch lauter wenn sie die lüfter hochdrehen lassen ja man kann sagen was man will ich denke die playstation ist einfach zu früh auf die marke gekommen die hätte noch nicht kommen sollen die xbox hat als vorgelegt und deswegen wollte sony unbedingt nachziehen mhm den wahrscheinlich noch braucht ein halbes jahr oder so denke ich auch ich meine jetzt haben wir sie und wir haben eine garantie drauf wenn sie innerhalb dieses jahres kaputt wird ist mir das mehr oder weniger wurscht und eigentlich meine neue ja ja Alex bist du noch da oder und warum suchen wir kein spiel wir suchen echt dann bin ich rausgeflogen aber ich habe geschaut dass alle noch da waren eigentlich naja ich sehe auch noch alle da aber wir suchen kein spiel bei mir jetzt bin ich draußen Alex ist draußen ok warte dann steige ich aus wir können ja eh nochmal in der runde hardcore machen wenn du bezahlst weil ich denke mal ich werde jetzt noch bald schlafen gehen wie gesagt mich stört es nicht mir stört nur grundsätzlich dieses thema ja das ist jetzt weil siehst du ich hatte in jeder runde hatte ich vorher zumindest den kampf hochschrauber ja ich weiß was du meinst ja das ding ist ich bin halt nicht vorsichtig genug für den hardcore modus weil ich will halt unbedingt rushen bis zum ende ja ich verstehe und wenn du siehst zum Beispiel du kannst mir joinen in standard zum beispiel hast du jetzt gesehen ich war 46 du ich verstehe eh was du meinst ich spiele ja auch so hier dann dass ich ich sehe ihn gehe in deckung halmig und weiß genau wo ist und wo ich ihn dann bam 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 tot ich muss mich halt einfach dran gewöhnen muss mich halt einfach dran gewöhnen dass ich wenn ich Hunter Start der hardcore spiele dass ich vielleicht nicht immer rushe ja das muss ich mir auch total angewöhnen der Norbert der Urrusher rush hour aber wirklich tings ich muss ehrlich sagen Valhalla macht echt Laune und Demon's Holz muss ich auch noch zocken das mach ich dann nach Valhalla das war's mit Last of Us endgültig nein warum aber ich muss ja ja mal schauen oder du meinst mit Ghost of the Ushina oder das ja stimmt aber das ist eben Dominiks Problem was er vorhin gesagt hat genauso wie man es da ist aber bei mir das Gute da ist aber bei mir das Gute dass ich nicht so viele Story Spiele spiele aber das werde ich jetzt seine Zukunft eh ändern mein Plan ist ja immer Spiele erst dann zu kaufen wenn ich mit dem alten fertig bin oder keine Rüsten habe vergesst es ganz ehrlich das funktioniert super vergesst es mit dem mit dem mit dem mit dem auf was auf was ich Bock hab egal wie alt das ist das tut mir immer aus das tut mir immer aus wenn ich immer ein Spiel ausgespielt habe zum Beispiel dann braucht es mir jemand ich sag ein altes Spiel könnte ich auch nochmal spielen ja ja ich meine nicht nochmal ich kenne die nicht weißt du ich meine ja aber ja ok das ist schon wieder was anderes wenn ich ein Spiel habe dann kann ich auch ein altes Spiel spielen weil zum Beispiel Black Flag kenn ich ja gar nicht Stellung gesichert ja da hat der Dominik nur gemeint wegen der Konsole achso ja wegen der Grafik schon dass du die Konsole unbedingt wolltest und eigentlich kein richtiges Spiel dafür spielst hat er ja gesagt die spielen alle mit Schrode oder was ist das für eine Lobby oder gerade unter Stellung mit der anderen von der Schrode die gefehlt waren hu aber gut Stellung umkämpft also die sind echte also das ist das Spiel wie das ist das das ist ein Affek wenn die alle mit Schrode spielen du ich wurde von der Karriere auch gelabelt hab ich gehört aber ich bin auch voll im Zombie drin also so allein sage ich eigentlich jetzt auch mehr Zombie und ich bin jetzt im Tor und ich bin jetzt im Tor ne jetzt entweder ich bin jetzt im Tor also da spielen wir immer die Leute mit Schrode ich komm echt nicht dazu da wieder Major Alter? Aber ich hab' nicht Bock auf den Schrot zu leveln, wenn ich echt bin. Ich spiel' auch nicht nur Schrot. Das muss man auch können, Schrot spielen. Ah, da war noch einer. Oh Alter, wieso muss keiner denn nicht? Ja, und das ist egal. Ja, wieder Schrot. Ich glaub, das ist das letzte Spiel für mich jetzt. Aber ich find's einfach schmutzig, dass die Schrot als Zeitlauffeld sind. Das war ein Fehler für mich. Das war früher, aber immer so ein Charakter. Echt? Und im Gegensatz ist das eigentlich wurscht. Ob sie's jetzt als Hauptwaffe machen und sich dann die Wildcard reinhauen, weißt du? Das war verdammt knapp. Das war verdammt knapp. Ich glaub, sie weit war. Ach so. Ja, gut. Aber dann würden sie auch sicher trotzdem diese Wildcard drin haben. Das war's. Ich hab' ich versuch' das. Ich hab' mir etwas imug gefahren und liegt da noch ein Schrot. Das war's. Ich hab' mir etwas imug gefahren und liegt da noch. Ach, der liegt direkt neben dem Fuß und liegt da vorne. Oh, ja da. Da liegt er. Wir haben einen Schlot. Ich hab' mir einen Schlot. Ich hab' mir den Schlot. Ich hab' mir den Schlot. Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Steppet! Stellung umkämpft! Ah, Stellung verloren! Jetzt ist er bei der Tür reingekommen Stellung gesichert! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Stellung umkämpft! Die Artillerie! Beilt sie an! An alle! Artillerie beschlossen! Nein! Stellung gesichert! Stellung verloren! Feindliche Spionageabwehrflugzeug im Anflug! Feindliche Spionageflugzeug im Anflug! Feindliche Spionageflugzeug im Anflug! Boah! Herzlichladung! Weiter! Stellung ist echt schaste! Aufmerksamkeit! Ja! 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 Ich bin nur aufgerichtet! Aufgerichtet! Ja! dass wir da alles weg Und ich hab das Gefühl halt auch, dass die meisten... also dass ein paar Teammats von uns einfach richtig crasht sind Tschuld... Tschuldigung Ich meine ich gar nicht Aber das ist doch der eine liegt gegen Spawn oder... und ich weiß nicht was der macht Die Stellung wurde gesichert Stellung identifiziert Feuer einstellen, verbündetes Ziel Jawohl, das ist ein guter Abschluss heute der jetzt Level 48 erreicht 48? Mhm Ich hab alles im Leben erreicht, was man erreichen kann Ich bin Nummer 7 Level Ich bin Nummer 7 Level Was? Es geht besser weiter Ich bin nicht össensiert, aber ich bin trotzdem nicht so gehypt Aber trotzdem spiel ich's gern Das ist irgendwie ein Widerspruch, aber... Stellung neutralisiert Oh, hinten Es ist so krass, wenn wir alle einfach mit Shortfinters spielen Ich glaub, wir haben noch einen rein Bei einem sie nehmen Bei einem sie nehmen Es ist die Shortfinters, wo sie auch verämmen können wenn sie das 4 verpassen oder so Nein Wenn mich der jetzt nicht von hinten geholt hätte ich vielleicht einen 4er Abschuss gehabt Lagebericht Nach einem Angriff ehrt sich Ich weiß, für euch ist das nichts, aber für mich ist das ein Erfolg Na, ich mein... Na, 4er Abschuss ist schon ein 4er Abschuss Aber... Aber das ist vielleicht Das ist immer das Coole, das ist immer bei mir auch so Hätte mich vielleicht mal was nicht geklärt, hätte ich vielleicht mal Glück gehabt Stellung wird umkämpft Stellung wird umkämpft Haben die Stellung verloren Stellung wurde gesichert Ich glaube, der Schroffmitte geht mir so auf die Eier Das ist unglaublich Der Feind hat die Stellung Oh ja Feindliche Artillerie Lätschi an Stellung gesichert Artilleriebeschuss Feindliche Spionage Flugzeug Stellung in die Position Stellung verloren Stellung verloren Stellung wurde gesichert Die haben so... Die sind so schlecht, oder? Oh, oben, oben, oben Stellung... Stellung verloren Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt Feindliche Vorräte sind in der Luft Feindliche Artillerie peilt Ziel an Feindliche Artillerie peilt Ziel an Feindliche Flugzeug Feindliche Flugzeuge entdeckt Normale Stellung, ja Geil am Modus, oder? Aber, darf ich dir jetzt auch was zeigen? Zum Beispiel, ja? Ich habe 5800 Schaden gemacht, ja? Ja Das ist wahrscheinlich der dritte Der hat 800 weniger gemacht, ja? Ja Und ich habe auch mehr Kills als die Star-Hounder gemacht, ja? Aber trotzdem habe ich zum Beispiel mit 1600 Punkte Ja, ich werde das machen Wenn ich nicht fallen muss, oder? Beispiel bei dir zum Beispiel auch sei das Beispiel Der vor dir hat 17 Kills weniger und trotz künstest du Ja, was soll man? Äh Ja Und das, obwohl ich sogar viele Zielabschüsse gemacht habe Genau, und das ist aber nur weil du eben diese Eliminierung bekommst und nicht für deine Serie Ich weiß, was du meinst, ja Das ist ehrlich Na gut, dann ob sie wieder 10 gehen Ja Yes Du brauchst doch alles, oder was? Nein, ich würde dann auch keine Na gut, war Leiband Seid ihr alle für Blushies? Danke fürs Zuschauen Flo Na ja, woher bin ich Das nächste Mal schaust du bei mir zu? Ja, du streamst ja auch nie Ja Das stimmt Flo hat auch letztens gesagt Dominik streamt noch Außer mit euch So, keine Ahnung Fragen? Ja, ich muss wieder anfangen Aber ich habe halt kein Spiel was ich streamen möchte im Moment Weil, schau, Valhalla da will ich nicht streamen Das will ich nicht streamen COD Okay, vielleicht Tommy-Modus Ja, das ist schon was zum streamen Aber das habt ihr heute schon gemacht Demon Souls Demon Souls Demon Souls könnte ich streamen Das ist schon eine gute Idee Das stimmt Danke für den Tipp Northsall Bitte gerne Hast du auch schon Level 100 Dominik? Nein, ich bin erst 81 glaube ich Na gut, dann macht's es gut Ciao, ciao Ja, haut rein Fit dich Ciao, Baba Fitti Großen zu streamen werde ich mir auch Das ist schon mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal